R-E-W-R-N-S-I-D-E Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer wunderschönen Folge von Master Builders Hey, der Alphastein! Was habe ich dir über die Copyright-Musik gesagt? Lass es sein! Mit der war es heute wieder... Alphapopo, genau, Alphastein Alphapopo Ja, dankeschön dafür... Alphapopo, Alphastein Ach, Junge, mein Gott... Oh mein Gott, ist das unangenehm Alphastein Hallo, wir haben lange nicht mehr miteinander aufgenommen Geht's dir gut? Es geht, Bruder Ja, mir geht's super, wie geht's dir? Ja Ja? Freust du dich wieder, mit dem Master Builders aufzunehmen? Ja, das ist wieder mal ein Minecraft-Video, meine Freunde Ihr merkt gerade vielleicht, dass ich momentan ein bisschen weniger... Ja, danke dafür Dass ich momentan ein bisschen weniger Minecraft bringe Das ist aber gar nicht schlimm Dafür kommen ja extrem viele andere tolle Videos So, bin mal gespannt, was es heute hier bei Master Builders wieder zu sehen gibt, Leute Ich bin echt mal ziemlich, ziemlich halb Ich mach dir mal ein bisschen lauter, Alphastein Du bist ziemlich leise bei mir Du bist ziemlich leise bei mir, Alphastein Ich mach dir ein bisschen lauter, ne? Ja, genau, meine Mutter Mann, hör doch auf, Alter, bitte Ohne Witz, lass doch einfach mal die Musik aus Ohne Spaß, Junge So, schauen wir mal ganz so, was das Thema heute ist, Leute Ich hoffe mal, es ist etwas, was mir passt Ja, ganz genau Wir bauen heute gemeinsam was, Alphastein Was machst du in der Sass halt? Wie geht's dir so? Mailman, Alter Mailman, das ist cool Ja, das ist mir bewusst Ist das ein Postboot, hä? Ja, ein Postboot Das hast du ganz gut herausgefunden Warum ich will, Robert, nicht sexistisch? Ja, das kann gut sein, dass die sexistisch sind, Alphastein Das kann ganz gut sein, dass sie... Ich weiß es nicht, aber es ist leider so Hör auf Ja, okay Ich wollte gerade wissen, so was Was geht bei dir, so was gibt's Neues? Hör mich Soll ich jetzt einfach die ganze Zeit die Fresse halten? Wer meine eigene Aufnahme? Ja, nebenbei ist wichtiger Was, ja, möchtest du mir vielleicht ein bisschen was erzählen, so aus deinem Leben? Was, was Neues so bei dir gibt? Keine Ahnung, was, wie läuft's bei dir so? Alles in Ordnung Ja, ich mach grad viel YouTube Und nebenbei Ja, pack grad meine Sachen Du packst grad deine Sachen Warum packst du deine Sachen? Ich gehe in den Urlaub Wie bitte? Es geht in den Urlaub für dich Wo fliegst du hin? Erzähl mir Fliegst du oder fährst du? Fliege Wohin fliegst du? Nein, okay, Spaß Ich fliege nicht Ich gehe um Du ziehst um, Alter Wohin ziehst du? Wo wohnst du überhaupt? Ich hab gar keine Ahnung Ich bin die Privatsphäre Ich kann doch nachfragen, wo du hinziehst Nein Okay, ich weiß nicht mal, wo du gerade momentan wohnst Aber ist doch schön, ist doch schön Wie läuft der Umzug bis jetzt? Ist anstrengend, oder? Ja, ich packe grad meinen Tisch ein Währenddessen wir aufnehmen Und mein Laptop Dein Laptop, alles klar Und Computer Aha Was brauchst du noch? So Bett wahrscheinlich und sowas, ne? Nee, Bett nicht Bett lässt du zu Hause oder was? Ja Aber ist doch Okay Ja, nee, ist doch schön Darf ich wirklich nicht wissen, wohin du ziehst Also Ich brauch kein Bett Weiß wie so Warum nicht? Es ist ein Büro Es ist ein Büro, aha Ein Büro Aha, du ziehst in ein Büro B-U-R-O Ja, du ziehst in ein Büro Alles klar Büro Ja, okay, okay, okay Machst du jetzt ein UFO 2.0, oder was tust du? Nee, ich gehe ins Echte Halt's Maul Warum ziehst du? Nein, du ziehst nicht ins UFO ein Doch Nein, tust du nicht Ja Nein, Alphastein Nein, Alphastein Das ist auf jeden Fall nicht mit mir und den anderen abgesprochen Ja Darüber weiß keiner Bescheid Äh, äh, das passiert auf jeden Fall Ich bin Minecraft, ich pass perfekt rein Mann, wir spielen nicht mehr alle Minecraft, Alter Was willst du denn von uns, du Vogel? Ja, du zählst nur bei Fick Gomme Ja, Gomme ist nicht im UFO Was willst du, Mann? Du kommst auf jeden Fall nicht ins UFO, Alphastein Das kannst du sowas von vergessen, dass du hier reinkommst Ich meine, ich hab dich ja wirklich gerne und so Aber das geht zu weit Es tut mir leid Gomme ist nicht im UFO Gomme ist nicht im UFO, nein Du wurdest, glaube ich, verarscht Ich glaube, du wurdest tatsächlich Ich glaube, du wurdest tatsächlich Ich habe nie erzählt, dass Gomme im UFO ist, Alter Nein, ich meine Izzy Achso, Izzy Ja, genau, ja klar Ja, Izzy Natürlich, Izzy und Gomme sind ja auch ziemlich ähnliche Charaktere Vergiss man Ja, ja, vergiss man manchmal Nee, aber es ist schön, dass du den Plan hattest, hier ins UFO zu kommen Aber du wirst auf jeden Fall nicht ins UFO einziehen, mein Freund Also, das wird auf jeden Fall nicht geschehen Tut mir leid, Alphastein Ja, es tut mir leid Nein, du kommst nicht einfach ins UFO Nein Du kommst nicht ins UFO Ich habe keinen Vertrag Mann, du hast keinen Vertrag, Alter Dana ist noch nicht mal Nein, mach mal aus, Junge Dana ist nicht mal ausgezogen Du kommst nicht ins verdammte UFO, Alter Ach, Dana ist weg Das kannst du vergessen, Alphastein Du ziehst nicht ins UFO, Junge Du ziehst nicht ins UFO Dana ist nicht mal ausgezogen, Alter Nein Ich habe Anwälten Ja, das ist ja schön für dich Du kommst aber nicht ins UFO mit deinen Anwälten, Alter Du kannst dich nicht hier reinklagen Ich habe mehr Geld Ja, das kann ja sein, dass du mehr Geld als Dana hast Ich habe die Anwälte Achso, die Anwälte haben mehr Geld Ja Aha, das ist ja schön für die Anwälte Das freut mich ja wirklich Das macht mich auch glücklich Aber du wirst nicht ins UFO ziehen, Alphastein Mann, Junge Soll ich dir Alter, das ist nicht dein Ernst Alphastein Alphastein Dana hat gesagt Willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online Er hat nie erwähnt, dass du uns UFO ziehen darfst Fake News Fake News Alphastein Tu mir bitte einen Gefallen und zieh nicht ins UFO Ja, du steig, wo bist du? Nein, 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 nein Ich glaube Alphastein Alphastein, pass auf Ich sag dir jetzt folgendes, okay Erstmal liegt das ja nicht nur Hör mir zu Erstmal liegt das nicht nur an Erstmal liegt das nicht nur an Dehner, ob du ins UFO ziehst Sondern auch an den Und zweitens, Alphastein Ähm Muss ich ganz ehrlich sagen Ich glaube, die anderen wollen dich gar nicht hier haben Weißt du? Wieso nicht? Weil du Weil du Weil du Ich glaub das nicht Ich glaub das tatsächlich nicht, Alphastein Ich glaub das nicht Mann, Junge Hör auf doch, Copyright Musik zu spielen Was ist das denn? Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus Das ist amazing, Alter Da geb ich mal ein Gut für Finde ich sehr gut Alphastein Ich fasse jetzt ganz kurz zusammen Du planst also, wenn Dehner aus dem UFO ausgezogen ist Einfach ins UFO einzuziehen Keine Zweiplatten Ich hab Vertrag Wie bitte? Du hast keine Ich hab Vertrag Alphastein, du hast keinen Vertrag Ich hab Vertrag Was ist das denn, Alter? Junge, du hast einfach irgendeine Sprachnotiz von Dehner Alphastein, pass mal Nein, hör mir jetzt zu Hör mir jetzt zu Wenn ich dich noch einmal hier im UFO sehe Und ich dich eingeladen habe, Alter Dann rufe ich die Polizei, Junge Was, ich hab Vertrag Wird nichts passieren Du hast keinen Vertrag, Mann Wir müssten diesem Vertrag zustimmen Damit du uns UFO Was ist das denn? Guck, und die und ein Pimmel? Was? Der Briefträger wurde aufgegessen Ja, und übrig geblieben ist dein Penis, oder was? Ja, ähm Ich weiß jetzt nicht, ob Also Äh, okay Ja, nee, ist schön gewesen Ist schön Turbination 86 Ist das so gut gemacht Extrem gut Oh, das ist auch echt schön geworden Da kann man auf jeden Fall mal ein Gut für geben, Alter Finde ich ganz nice Ja, doch, doch Briefkasten Mhm, okay, okay, okay Also Alphastein Ich mach dir ein Angebot, okay Was? Du kommst nicht ins UFO Und dafür kann Was ist das denn, Alter Mann, Junge Ich hasse Minecraft in letzter Zeit Nur noch, wenn ich sowas sehe Du kannst Praktikum machen, okay Im UFO Im UFO Im UFO Aber Och, hast du das gebraucht Äh Äh Ja, das ist ganz schön Alphastein Bitte lass das sein Bitte Ich muss es jedes Mal runterpegeln, Alter Hör doch auf, einfach Das ist auch ganz cool geworden Das ist amazing, Alter Finde ich ganz süß Ne, ich geb mal Doch, das ist amazing Das ist ganz cool Ja, könnte eher Gut, das ist nicht so krass Aber es ist ganz schön Alphastein, pass auf Ich würde sagen Du kannst vorbeikommen Im UFO-Praktikum machen Aber du wirst auf jeden Fall Hier nicht einziehen, okay Doch, weil Der Briefträger ist einfach nackt Und hat Ja, ich weiß nicht, Alter Das ist Äh, was Wie bitte Simone Barriela Was ist das Aufschrift der YouTuber Sie Ja, mag ja sein Ich will trotzdem nicht, dass du hier hinkommst Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Mann, Alter Was ist denn das, Alter Mein Gott Habe ich Minecraft nicht vermisst Ohne Witz Boah, ist das unangenehm Mein Gott Alphastein, pass auf Boah, das ist geil, Alter Das ist richtig geil, Mann Pass auf, Alphastein Wenn du ins UFO kommst Dann werde ich die Polizei rufen Wenn du nicht eingeladen bist Dann kommst du hier nicht rein Ist das klar? User left your channel Gut Damit hätten wir es dann geklärt, Leute Ähm, ich Ich Die sind einfach nur Ich schwöre, Leute Ich habe einfach zwei Wochen Keinen Minecraft mehr aufgenommen Alles nur Pimmel Alles einfach nur Penisse Das ist doch nicht wahr Oh Gott Alles klar, Leute Ich glaube, ich lasse Alphastein Erstmal außen vor Ich weiß nicht genau Ob Alphastein das Ernste meint Ich hoffe mal, dass er mit denen Er nicht abgeklärt hat Hier reinzuziehen ins UFO Ich befürchte es fast schon nicht Ich glaube, Alphastein Denkt sich da wieder irgendwas aus, Leute Ist das mein Win? Das ist mein Win, meine Freunde Ich würde sagen Das war es für diese wunderschöne Folge Vom UFO-Streit um Dena Die Tage kommt noch mal ein Video Wo ich meine persönlichen Gedanken Zum UFO und Denas Weggang äußere Schaut auf jeden Fall bei Alphastein vorbei Ich frage nochmal ganz kurz Möchtest du vielleicht einfach Noch eine Abmoderation machen? Alphastein, möchtest du dich verabschieden? Nein Ja, tschüss Dann an der Stelle Auf Wiedersehen Ja, Leute Schaut bei Alphastein vorbei Das war es für diesen wunderschönen Video Und keine Sorge Alphastein wird auf jeden Fall Nichtmals über meine Leiche ins UFO kommen Dessen bin ich mir bewusst Macht's gut Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao